Die Röte des Abends entwich, Und einsam steht der sprühende Reigen der Sterne, Und regnet auf mich. Lange in das verglühende, Schmerzliche, glänzendes Strich Schaut ich und spürte das blühende Schweigen der Ferne und dich. Wilhelm Cornelius Eberts hat, soweit wir wissen, keine weitere schriftstellerische Karriere verfolgt. Als einziges Zeugnis seiner Ambition kursiert ein kleines Bändchen Gedichte aus dem Jahre 1910 im Familienkreis, aus dem auch das vorliegende Gedicht entstammt. Die Betrachtung des schmalen Werks eines unbekannten 17-Jährigen ist aber sicher aufschlussreich, auch um Einblick in den Zeitgeschmack zu geben, jenseits davon, was sich mehr oder weniger durch Zufall als Expressionismus nachträglich durchgesetzt hat. Die Röte des Abends entwich. Dieses Gedicht zeigt eine besondere Liebe zum ursprünglichen Dactylus, der im Deutschen folgendermaßen ausgeführt wird. Zwei unbetonte Silben folgen einer betonten. In den alten Sprachen Griechisch und Latein lässt man den Rhythmus durch Silbenlängen entstehen. Dies wird hier nachgeahmt und gibt dem Gedicht etwas Antikisierendes, wobei Unterbrechungen das geradezu unterstreichen, so daß man an ein Distichon erinnert wird. Und einsam steht der sprühende Reigen der Sterne und regnet auf mich. Der Erzählende hat also gerade in den Sonnenuntergang geblickt. Und einsam ist jetzt natürlich nicht der Reigen der Sterne, sondern er selbst ist es. Er fühlt sich vom Sternenhimmel geradezu körperlich wie von Wassertropfen getroffen. Ein sprühender Reigen regnet auf ihn, als wenn der ganze Sternenhimmel jetzt nur für ihn da wäre. Lange in das verglühende Schmerzliche glänzendes Strich schaut ich. Das Schmerzlich hat hier eine schillernde Mehrdeutigkeit. Schmerzt der Blick in das Licht? Schmerzt das Verschwinden des Lichts, weil es an anderes Verschwinden, das Schmerzt, erinnert? Unklar auch hier, wo das Schweigen der Ferne blüht. Da, wo er hinschaute? Wo die Sonne unterging? Oder in der Ferne des Sternenhimmels? Und dich? Und wer ist das jetzt? Die dieses Gedicht umgebenden anderen Gedichte kann man durchaus als Liebeslyrik verstehen. Dann wäre das Du die Angebetete. Das Erleben der Weite des Sternenhimmels lässt andererseits an eine Anrede des Schöpfers dieses Sternenhimmels denken. Und nicht zuletzt nimmt ein Du auch Kontakt mit dem Leser auf. Ein magischer Vorgang, der dieses kleine Juwel über die etwas unreife Jugendstilästhetik der anderen Texte hebt. Wilhelm Cornelius Ebbertz hinterließ uns mit seinen Gedichten eine Flaschenpost. Während seine Geschwister in großen Familien fortlebten. Wie Millionen anderen seiner Generation war es ihm nicht gegönnt. Er fiel sieben Jahre nach Veröffentlichung seiner Gedichte als 24-Jähriger in Griechenland. Ich frage mich, wer hatte das Recht, ihn zu opfern? Ich frage mich, wer hatte das Recht, ihn zu auf verdammt. Vielen Dank.